Hummmm Aber wie gesagt wir werden eigenujemy weil wahrscheinlich wir die ich denke man werden växt fast alle Läufe studieren müssen, dass wir das letzte Läufe freischalten dürfen aber das ist ja schon geil wenn wir das hätten der erste Level au, 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 au ich hätte es schon jetzt nicht bei so einem Dinges ab metros gotten so einen... Pac-Man fressst alles Viecher Dingus Pac-Man fressst alles Viecher Dingus geile Beschreibung eineboyude Ich glaube, ich finde, der SMG-Soundfunk, der holt schon so einiges raus aus den Midis, finde ich. Ja, das sind immer noch Midis, das sind keine MP3s oder so, das sind Midis und... Wow, ist gerade irgendwie an mir rumgekrabbelt, das ist weniger gut. Ich glaube, das finde ich fliege. Wie lock ich euch jetzt da weg? Hallo. Die doofen Mokris, die doofen FS6 Mokris. Ach, was da fress ich mich halt. Was soll's? So. Lecker Mokris, Chacobo, glücklich! So. Oh, ich bin jetzt mit dem Schlangen. Das ist toll. Ich bin so gut drauf gerade irgendwie, ja? nahe man annehmen die tippte die Glieder zu nehmen 3 schau mal jahre an kennt das Land woher das war nur auch mal auf jeden dieses Land um das war doch irgendwo qualifyin so ein Quadrikel war das Ruh Okay, jetzt wird schon ein Knieflicker Auch noch mit Scheißblöden Dingern Ah, shit Oh no, ja, oh no, kannst du sagen Das ist mal dumm halt Den hätte ich kaum sehen müssen Naja Mindestens scheint ich mal diesen komischen Bug zu geben Das den Vieh einen berührt, dass man dann Kostzeitig irgendwie sich in irgend so ein Ding verwandelt Oh Ach nein, muss das sein Zweiter Karst und eine Mütze Die würde ich haben Ach ja, das war jetzt dumm von mir, ich weiß Komm schon, das ist ein Löffel Ich will es noch schaffen Aber ich glaube, dass bei dem Spiecher alle fünf Leute drankommen werden So gut wie es momentan läuft Dass ich nicht mal schicken muss oder sowas Als habe ich das, oh Gott Das war gerade dumm Hab ich die Spiele eigentlich schon Maker ausgeschaltet? Ich glaube ja, ne? Nicht mal testen Ne, hab ich nicht Okay Gut Hier muss ich auch momentan gar nicht schicken Von daher Es ist nur eine eigene Dummheit, die einen hier zum Banknissen wird, sag ich mal So, haha, ausgesperrt Mwahahahaha Mwahahahaha Äh, ja Kann man das nicht irgendwie Oh Gott, das war dumm Nein Oh 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 Shit Ähm So, ähm, 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 ähm Es ist natürlich keine Mütze mehr hier Das ist scheiße So Ach, nein Ich habe sie gerade gespawnt Ähh, shit Das war dumm Dummi 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 dumm Icy Mace. Icy Mace. Wie das ausspricht. Oh Gott. Okay. Muss man echt schon ein bisschen mit Taktik jetzt rangehen. Auch noch die Dinger hier und auch noch... Oh, Moment, Moment, Moment! Und her! Das wäre Gottverdember knapp. Alter! Tja, eine Sekunde früher und ich wäre Moke-Futter geworden. Oder was auch immer die mir immer anstellen. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich werden die den Schokobo knuszlich über einer kleinen Flamme knuspern lassen und dann... Ja. Die Musik ist schon geil. Na, 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 na. Ich finde gut, dass die Musik auch nicht stottert auf der PC hier. Ich meine, er hat ja auch eine schnell genug Festplatte, von daher... Also, wie machen wir das jetzt? Hier haben wir noch was. Opsa. Das war nicht so gut, glaube ich. Irgendwie muss ich jetzt doch noch an den einen da unten reinkommen. Bevor der da... So. Ach nee, das ist ja noch... Einer ist noch irgendwo okay. Ja, klatsch. Einfach mal durchstehen. Ist klar. Ähm, also der eine hat sich da im... Ja, wow, geil. So. Ich weiß nicht, wie das Läufer jetzt auf HAL abgeht, ne? Das wird episch, ey. Oh Gott. Oh, Christmas Camp Found. New Charakter-Erwähm. Hallo, mein Name ist Soshi. Ähm, 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 ich kann das... Ähm, ähm, ich kann das Gräuchen nicht haben, aber von Rishi. Ähm, Herr Ores, ey. Ich kann das gleich mal scheiße. Bonus. I will help you on your quest. Ja, folgt die epische Quest. Egg, I can find Titan X and Defocati Nomura or Haya. Na dann. Yoshi. Yoshi. Na, wollen wir mal. Wo war denn? Ich glaube, wo war denn das Problem? Das Problem ist, wir müssen das Läufer draußen abschließen. Ähm. Und, ja. Wo war denn? Ich weiß, dass hier irgendwo... Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, dass irgendwo... noch ein, ähm... ...Ei hier war. Aber wo? Ich weiß nicht, ob im Läden-Level, ähm, ein Ei ist. Aber ich schätze mal schon. Wäre etwas sind uns nicht, wenn nicht. Ja. Und daher... Es ist ja interessant, dass er hier auch so reinläuft. Da, 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 na wohl, ähm, ich mein, ähm, es ist ein Läufer aus Mario und Superstar Saga oder so. Also, bis wir aus den, ähm, Game Boy und DS teilen, glaube ich, sieht jedenfalls aus. Haben wir hier noch irgendwo eine... ...Ding-Sene, ein Eck oder haben wir hier kein Eck? Ei. Das Problem ist, hier sieht man nicht so gut. Äh. Das ist ja klar, es soll ja auch versteckt sein. Ähm. Ah! Oh, 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 oh. Schau mal eine an, wie kommt man denn... Ah! 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 Das ist ja tricky. A tricky. Wo es gar nicht erstmal da auch hinlaufen kann. Na, 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 na. Di, 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 ding. Woher kommt das Lied? Wie heißt das Lied? Ich weiß, es ist ein Weihnachtslied, dieser Wo- Wie heißt das? So, acht. Ne, neun. Fehl uns noch. Oh, Telefon. Oh, nein, ne, 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 ne. Nein, ihr scheiß Muckis, ihr werdet mich jetzt nicht fangen. Ne, ne, ne. Und wenn ich euch fressen muss mit der langen Zunge und dann, ähm, gehe ich euch an Körpergebiete, die ihr gar nicht wissen wollt. Äh, was? Egal. Was? Zwei fehlen noch. Wo? Ach, da. Okay. Yay. Telefon hat die Fresse. Kann ich gebrauchen. Ich nehme Cut auf. Du, 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 da, na, 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 na. So, ein Eck haben wir schon mal. Sehr gut. Ähm. Aber ich würde sagen, ich mache ja erstmal Pause. Ich habe erstmal lange genug aufgenommen, denke ich. und Markus darf sich dann die anderen Sachen noch holen und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Together Schokobo Panic X-Mass Auf Wiedersehen Leute, auf Wiedersehen